Nachdenkseiten Die kritische Website Zweiter Jahrestag Nord Stream-Anschlag Rolle der Ukraine und Schlussfolgerungen der Bundesregierung Von Florian Warwick Am 26. September jährt sich zum zweiten Mal der terroristische Anschlag gegen die zivile Energieinfrastruktur Nord Stream. Seit August 2024 ist bekannt, dass die Beweislage so deutlich ist, dass ein Richter am Bundesgerichtshof BGH einen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Staatsbürger und Profitaucher ausgestellt hat, der sich seiner Verhaftung durch Flucht in einem ukrainischen Diplomatenwagen entzogen hat. Zwei weitere ukrainische Staatsbürger gelten als dringend tatverdächtig. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung noch immer von einem staatlichen Akteur bei dem Anschlag ausgeht, und welche Schlüsse der Kanzler aus dem aktuellen Wissensstand in Bezug auf die Rolle und den Umgang mit der Ukraine zieht. Am 26. September jährt sich ja zum zweiten Mal der Terroranschlag gegen die zivile Energieinfrastruktur Nord Stream. Da würde mich interessieren, geht denn die Bundesregierung, wie bisher schon mehrmals kundgetan, nach wie vor von einem staatlichen Akteur dieses Angriffs aus? Also, wenn ich es richtig weiß, haben wir uns zu den Akteuren überhaupt nie hier erklärt, sondern zu ihrer Frustration habe ich immer wieder auf den Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen in diesem Fall führt, verwiesen. Und das würde ich auch in diesem Fall tun, ohne irgendetwas von dem, was Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, hier mehr zu eigen zu machen. So viel war das ja nicht, aber es gab einige, nicht hier, aber in kleinen Anfragen hat die Bundesregierung das durchaus zu verstehen gegeben. Dann zu meiner Nachfrage. Seit August 2024 wissen wir ja, dass die Beweislage, Sie haben ja da gerade davon gesprochen, vom Generalbundesanwalt, zumindest so klar ist nach zwei Jahren intensiven Ermittlungen, dass ein Richter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hat gegen einen ukrainischen Staatsbürger und Profitaucher, der dann sich der Haft entzogen hat durch Flucht in die Ukraine, nach aktuellem Wissensstand in einem Auto mit diplomatischem Kennzeichen ebenfalls ukrainischer Provenanz. Da würde mich interessieren, zwei weitere Tatverdächtige, die auch schon entsprechend kommuniziert wurden vom Generalbundesanwalt, soll es sich auch um ukrainische Staatsbürger handeln. Da würde mich generell interessieren, was zieht denn der Kanzler für Schlüsse aus diesem aktuellen Status quo in Bezug auf Rolle und Umgang der Ukraine in dieser Causa? Ich glaube, der Kanzler hatte sich zum Sabotageanschlag auf die Nord Stream Pipeline immer einheitlich eingelassen, indem er nämlich gesagt hat, er will wissen, wer diejenigen sind, die diesen Anschlag verübt haben. Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass Haftbefehle ausgestellt worden sind. Das ist in einem Rechtsstaat so üblich und dann muss es ein Verfahren geben und am Ende des Verfahrens steht ein Urteil. Und dann tut man gut daran, sich nach diesem Urteil dazu zu äußern. Hintergrund In den frühen Morgenstunden des 26. September 2022 um 2.03 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfassten seismologische Institute in Dänemark, Schweden und Norwegen zwölf Seemeilen südwestlich der dänischen Insel Bornholm Erschütterungen, die jenen eines leichten Seebebens mit einer Stärke von 2,2 bis 2,3 auf der Richterskala entsprachen. Kurz danach wurde ein massiver Druckverlust im Strang A der Nord Stream 2 Pipeline in 70 Meter Tiefe festgestellt. Auf deutscher Seite fiel der Druck schlagartig von 105 auf etwa 7 Bar. Fast auf die Minute genau 17 Stunden später um 19.04 Uhr wurden erneut schwere Erschütterungen identischer Stärke registriert, diesmal nordöstlich von Bornholm, gefolgt von Druckverlust in beiden Strängen der seit 2011 in Betrieb befindlichen Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in 88 Meter Tiefe. In Reaktion auf die erste registrierte Explosion, ein natürliches Beben war zu diesem Zeitpunkt bereits als Ursache ausgeschlossen worden, entsandte das dänische Militär nach eigener Darstellung von Bornholm aus F-16 Kampfjets, um das betroffene Gebiet zu fotografieren. Dabei sollen die Kampfflieger um die Mittagszeit erstmals die aus dem Wasser aufsteigenden großflächigen Methanblasen entdeckt haben. Rund acht Stunden später, um 20.41 Uhr, sprach die schwedische Seefahrtsbehörde dann eine Warnung vor weiteren Gaslecks aus, nachdem mehrere Schiffe von Blasenteppichen auch nordöstlich von Bornholm berichtet hatten. In der Folge verhängten die dänische und schwedische Schifffahrtsbehörde sogenannte Befahrensverbote, nördliche Warnings im Umkreis von fünf Seemeilen um die Lecks. Auch der Flugverkehr unterhalb von 1000 Metern Höhe wurde in diesem Gebiet untersagt. Bundesregierung – gezielter Anschlag eines staatlichen Akteurs Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich insgesamt um vier Lecks handelte, wobei zwei auf die Nord Stream 1 Pipeline entfielen, welche auf einer Länge von 250 Metern zerstört worden war, und zwei auf den Strang A der Nord Stream 2 Pipeline. Ein Unfall gilt als ausgeschlossen. Sowohl NATO-Staaten wie auch Russland gehen von einem gezielten Sabotageakt aus. Der russische Regierungschef Wladimir Putin bezeichnete die Ereignisse als internationalen Terrorismus. In einem gemeinsamen Brief vom 29. September 2022 an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sprachen Schweden und Dänemark vom Einsatz einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm TNT-Äquivalent, wohlgemerkt pro Leck. Die deutsche Bundesregierung erklärte unter anderem am 7. Oktober 2022 in Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage, dass sie, vor dem Hintergrund der Komplexität der Tatausführung, von einem staatlichen Akteur als Täter ausgeht. Bundesregierung zeigt 0,0 Aufklärungsinteresse. Danach hüllte sich die Bundesregierung für fast zwei Jahre in Schweigen. Entsprechende Anfragen der Opposition, nur AfD und Linkspartei stellten überhaupt entsprechende Anfragen, wurden ebenso mit Verweis auf Staatswohl abgewehrt wie die Fragen der Nachdenkseiten in der Bundespressekonferenz. Dort jedoch zumeist mit dem Verweis auf die alleinige Zuständigkeit der Generalbundesanwaltschaft. Sinnbildlich für die Haltung der Ampelkoalition in den letzten zwei Jahren ist die Aussage des SPD-Bundestagsabgeordneten Timon Gremmels, der am 28. September 2022 im Namen der Koalition anlässlich einer einberufenen Aktuellen Stunde wegen der Zerstörung der Nord Stream Pipelines erklärte, Zitat Ende. Das muss man erst mal sacken lassen. Der Vertreter der größten Regierungspartei erklärt im Rahmen einer extra einberufenen Aktuellen Stunde im Bundestag wegen eines Terroranschlags gegen zivile Infrastruktur wortwörtlich, es ist völlig gleichgültig, wer hinter den Anschlägen steckt. Diese völlig indifferente Haltung der Ampel erfolgte und erfolgt wohlgemerkt angesichts eines Terroranschlags, der auf eines der teuersten und größten Energieinfrastrukturprojekte Europas zielte. Allein der Bau von Nord Stream 1 schlug mit 7,4 Milliarden Euro zu Buche, der jüngere Pipeline-Bruder Nord Stream 2 mit 10 Milliarden. Beide Pipelines mit ihren je zwei Strängen erstrecken sich über je 1224 Kilometer. Im Falle von Nord Stream 1 trugen rund die Hälfte der Bauinvestitionen, 51 Prozent, der russische Erdgaskonzern Gazprom und zu je 24,5 Prozent die beiden deutschen Konzerne BASF, Winterschall, sowie E.ON, Ruhrgas. Zumindest Nord Stream 1 gilt folglich als ein rein russisch-deutsches Projekt. Bei Nord Stream 2 wurden die Beteiligungen etwas breiter gestreut. Hier waren neben den genannten Konzernen noch die niederländisch-britische Shell, die französische Engie-Gruppe sowie der österreichische Gaskonzern OMV, wenn auch mit weniger Anteilen, involviert. Alle genannten westeuropäischen Konzerne haben durch das Ende von Nord Stream 2 nach eigenen Angaben mindestens je eine Milliarde Euro verloren. Mit einer Transportkapazität von jährlich bis zu 110 Milliarden Kubikmetern Erdgas hätten allein die vier Stränge von Nord Stream 1 und 2 ausgereicht, den gesamten Erdgasverbrauch Deutschlands als Industrienation zu sichern. 2021 betrug der gesamte bundesdeutsche Erdgasverbrauch 90,5 Milliarden Kubikmeter. Das bis heute andauernde Desinteresse der Bundesregierung an der Aufklärung erklärt sich über die mutmaßlichen Täter dieses Terroranschlags. Denn wie der Spiegel am 25. September berichtete, gehen die deutschen Geheimdienste und Ermittlungsbehörden mittlerweile davon aus, dass es sich um eine ukrainische Kommandoaktion handelte, abgesegnet vom damaligen Oberbefehlshaber der Ukraine, Valery Salushny. Die USA seien über die Operation informiert gewesen. Zitat Spiegel Nord Stream-Sprengung Sabotagekommando bestand aus Ex-Agenten und zivilen Tauchern. Zwei Jahre nach dem spektakulären Anschlag auf die Nord Stream Pipelines wird klar, wer die Täter waren. Nach Spiegel-Recherchen griff die Gruppe gesteuert von einem früheren Geheimdienstmann auf ukrainische Zivilisten zurück. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.